Hi, ich bin David und willkommen zu einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. In diesem Video erkläre ich euch, was genau passiert, wenn ihr euren Führerschein wegen eines Fahrverbots abgeben müsst. Wie und wo muss die Führerscheinabgabe erfolgen? Wie lange dürft ihr euch dafür Zeit lassen? Und wie erhaltet ihr euren Führerschein wieder zurück? Wo und wie müsst ihr euren Führerschein abgeben? Habt ihr ein Fahrverbot erteilt bekommen, müsst ihr euren Führerschein für eine Weile abgeben. Dafür gibt es mehrere Mittel und Wege. Die erste Möglichkeit. Ihr verschickt euren Führerschein per Post an die zuständige Bußgeldstelle. Deren Anschrift sollte in der Rechtsmittelbelehrung eures Bußgeldbescheids stehen. Achtet hierbei darauf, dass ihr die Sendung als Einschreiben aufgebt. Dann habt ihr einen Nachweis, dass ihr euren Führerschein pünktlich abgeschickt habt, sollte es zu Ärger mit der Bußgeldstelle kommen. Wollt ihr euch das Geld für die Postsendung sparen, könnt ihr den Führerschein auch einfach persönlich abgeben. Geht dazu einfach zu der Bußgeldstelle, die in eurem Bußgeldbescheid angegeben ist. Denkt hier daran, den Bescheid mitzubringen, damit die Beamten das Aktenzeichen eures Falls zuordnen können. Und in manchen Bundesländern habt ihr auch noch eine dritte Möglichkeit. Ihr könnt euren Führerschein statt bei der Bußgeldstelle auch einfach bei der Polizeidienststelle eure Wohnsitzes abgeben. Ruft hier aber am besten vorher kurz an und fragt nach, ob das in eurer Stadt möglich ist. Übrigens, euer Fahrverbot beginnt offiziell erst dann, wenn sich euer Führerschein in amtlicher Verwahrung befindet. Verschickt ihr ihn per Post, zählen die Tage, die die Sendung bis zur Zustellung benötigt, noch nicht zur Dauer des Fahrverbots dazu. Und das, obwohl ihr in dieser Zeit schon keinen Führerschein mehr habt. Deshalb ist es ratsam, euren Führerschein persönlich abzugeben. Soll euch der Führerschein zu Unrecht entzogen werden? Dann solltet ihr Einspruch dagegen einlegen. Wie das geht, erfahrt ihr kostenlos unter bußgeldkatalog.org. Den Link findet ihr hier oben oder in der Videobeschreibung. Bis wann müsst ihr den Führerschein abgeben? Zunächst muss der Bußgeldbescheid rechtskräftig werden. Legt ihr keinen Einspruch ein, passiert das automatisch nach zwei Wochen ab dem Zeitpunkt der Zustellung. Nun kommt es darauf an, ob ihr innerhalb der letzten 24 Monate schon einmal ein Fahrverbot erhalten habt. Ist das nicht der Fall, gelten ihr als Ersttäter und das bedeutet, ihr profitiert von der Viermonatsregel. Diese Regel besagt, dass ihr euch selbst aussuchen dürft, wann euer Fahrverbot beginnt. Einzige Einschränkung, ihr müsst das Fahrverbot innerhalb von vier Monaten ab Eintritt der Rechtskraft antreten. Gebt euren Führerschein also einfach dann ab, wann es für euch günstig ist. Zum Beispiel während eines Urlaubs, wenn ihr nicht auf euer Auto angewiesen seid. Geltet ihr nicht als Ersttäter, beginnt euer Fahrverbot hingegen ab dem Tag der Rechtskraft. Für euch heißt das, dass ihr spätestens ab diesem Tag euren Führerschein abgeben müsst. Wie erhaltet ihr euren Führerschein wieder zurück? Hier eine gute Nachricht. Sobald euer Fahrverbot abgelaufen ist, erhaltet ihr euren Führerschein automatisch zurück. Die Bußgeldstelle verschickt ihn in der Regel per Einschreiben und zwar so pünktlich, dass er spätestens am letzten Tag eures Fahrverbots wieder bei euch ist. Denkt hier dran, um ein Einschreiben entgegenzunehmen, müsst ihr euch ausweisen. Habt also unbedingt euren Personalausweis oder einen gültigen Reisepass zur Hand. Kommt euer Führerschein sogar noch vor Ablauf des Fahrverbots wieder bei euch an, dürft ihr trotzdem erst wieder fahren, wenn das Verbot ganz offiziell vorüber ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr euren Führerschein auch persönlich abholen. Meldet euch dazu einfach ein paar Tage vor Ablauf des Fahrverbots bei eurer Bußgeldstelle und sagt Bescheid, dass ihr bald persönlich vorbeikommt. Wusstet ihr übrigens, dass viele Fahrverbote zu Unrecht verhängt werden? Ob das auch bei euch der Fall ist, könnt ihr unter www.bußgeldkatalog.org.de einspruchprüfen lassen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wann musstet ihr zuletzt euren Führerschein abgeben? Erzählt uns davon in den Kommentaren und vergesst nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org.